Ich bin tief enttäuscht und zwar über die Aussage, dass die Unterschriften nicht zählen, dass die ja so leicht erworben worden sind und die ja gar nichts kundtun. So und wir haben mit so vielen diskutiert und hier werden gerade die Unterschriften ad acta geführt und da heißt es, nein, die sind mal mit einem Klacks einfach so fertig. Man kann die ja einfach so unterschreiben und fertig ist das. Also ist ein Unik. Vielen Dank.